My friends, but this guy is silly. Here we go. Oh, crap. Let's go here. Das Design ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Deshalb läuft der Verkauf so unglaublich gut. Da könnte er wirklich recht haben. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Etwas Verrückteres als das kriege ich ganz bestimmt hin. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Katen-Jan-Jan. Der 7. Januar war das Sendedatum dieser Mili-Nachrichten. Bye.